So, ja, jetzt. Ja, Level 6 ist ja über Triem mit dir. Ja, ich muss ja ein bisschen Schasen haben hier, gegen euch. 326, ich hab nur 226. Ein D-Klasse-Auto, das ist auch unfair. Das habt ihr, eh. Ja, ich hab eh. Ich glaube, mein Eines ist über ein C. Du, ich verlieh. So. Jetzt hoffe ich doch mal, zumindest mithalten zu können. Wieso seid ihr jetzt schon vor mir, ha? Was soll das? Ich hatte einen perfekten Start. Ja, komm, macht euch gegenseitig fertig hier. Er rammt mich. Ich wollte das nicht. Jetzt bin ich trotzdem hinten. Das wird knapp, ey. Das wird wirklich knapp hier. Ich muss mal ein bisschen nachhelfen. Ich muss nachhelfen, nicht du. Tschüss. Ich glaube, das wird teuer, wenn ich die Polizei... Ah, ich fahr auch noch wieder immer hinterher. Ah, ich hab mich nicht schon gegen die Wand gelockt. Ah, und warum krieg ich den Magnet? Das ist doch auch noch unfair. Oh, man spielt die Aufgaben. Ja, das ist unsere Chance. Tja, zweiter, mindestens. Nein. Ich muss gewinnen. Ich muss mit einem Level 2 gegen einen Seker gewinnen. Au! So, bist du draußen, oder wie? Okay, ich dachte, das ist nochmal neu. Was hab ich denn jetzt schon immer noch ein Magnet? Findest du das lustig? Wir haben keinen Verkehr hier. So, von Moritz hab ich ja erfahren, dass er unter anderem Minecraft-Let's Plays macht. Hey, was ist denn das hier? Ja, abgekürzt. Ah, und auch GTA? Was machst denn du auf deinem Kanal? So, ehrlich? Ne, ne, von Dominik hab ich das erfahren. Du bist doch Moritz. Ja, ich verwechsel dich auch noch. Ja, Moritz, was hast denn du auf deinem Kanal noch drauf? Also, ich spiele... Also, genau wie du mal gespielt hast, World of Tanks. Okay. Das mache ich öfters mit einem Freund. Dann spiele ich Minecraft mehr so auf Servern mit ein paar Leuten. So, ich suche mir halt immer neue Spiele raus, die ich jetzt playen kann. Ist hier eine Abkürzung? Ah, man muss sich für eins entscheiden. Hallo. Shit. Ja! Ah, wie kann man so blöd sein, 100 Meter vorm Ziel so ein Mist zu bauen? Ah, das gibt's doch nicht. Ach. Ach, herrlich. recognise Sonst. Ach.